Doch jetzt fangen wir mit dem Thema Wohnen an. Das ist nicht immer nur ein angenehmes Thema. Haben Sie in einer Stadt schon einmal lange nach einer guten Wohnung gesucht? Susanne Meier hat sie gefunden. Chris Pohl, unsere Journalistin, hat sie gefragt, wo diese Wohnung liegt und welche Zimmer sie hat. Wollen Sie wissen, wie diese Wohnung aussieht? Dann hören Sie gut zu. Wir haben ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche, einen großen Flur, eine Speisekammer und natürlich ein Bad und eine Toilette. Wie ist die Wohnung eingerichtet? Die Wohnung ist bisher sehr spärlich eingerichtet. Wir haben im Wohnzimmer fast gar keine Möbel. Dort steht bisher nur ein altes Sofa und eine Kommode und ein Teppich liegt da. Im Schlafzimmer gibt es einen großen Kleiderschrank und natürlich ein Bett. Da haben wir auch schon eine Kommode stehen. Und in der Küche gibt es eine Einbauküche mit einer Waschmaschine, dem Kühlschrank und dem Herd. Haben Sie die Wohnung gekauft oder wohnen Sie zur Miete? Wir wollten zuerst eine Wohnung mieten, haben es uns dann allerdings anders überlegt. Wir haben keine Wohnung zu mieten gefunden. Die Preise waren sehr hoch und wir haben diese Wohnung dann schließlich gekauft. In welcher Gegend liegt denn das Haus, in dem Sie wohnen? Das Haus liegt in einer ruhigen Wohngegend. Die Hauptstraße ist ziemlich weit entfernt. Es gibt ziemlich viel Rasen und Bäume zwischen den einzelnen Häusern. Also viel Platz für die Kinder zum Spielen und auch für die Erwachsenen, um sich im Sommer draußen aufzuhalten. Wie stellen Sie sich denn Wohnen in der Zukunft vor? Das ist eine schwierige Frage, weil es natürlich immer darauf ankommt, wie viel Geld man hat. Ich würde am liebsten auf dem Land wohnen, nicht mehr in der Stadt und dann in einem einzelnen Haus mit viel Grün, viel Garten, großen Bäumen und natürlich ganz ruhig und weg von den Straßen, vom Lärm. Frau Meier hat ja eine schöne Wohnung gefunden, aber sie träumt immer noch von einem Häuschen im Grünen. Und wie groß ist Ihre neue Wohnung? Antworten Sie nach dem Signalton. Es ist eine kleine Wohnung für eine Person. Ist das richtig oder ist das falsch? Das ist falsch. Frau Meier sagt, wir. Also gibt es mindestens zwei Personen. Hören Sie noch einmal diesen Satz. Wir haben ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche, einen großen Flur, eine Speisekammer und natürlich ein Bad und eine Toilette. Und wie ist es mit den Möbeln? In der Wohnung stehen schon viele Möbel. Ja oder nein? Nein, es gibt da nur wenige Möbel, fast keine. Die Wohnung ist bisher sehr spärlich eingerichtet. Wir haben im Wohnzimmer fast gar keine Möbel. Und noch ein wichtiger Punkt. Muss sie eigentlich Miete für diese Wohnung bezahlen? Ja oder nein? Nein, sie hat diese Wohnung gekauft. Hören Sie noch einmal Frau Meier. Wir haben keine Wohnung zu mieten gefunden. Die Preise waren sehr hoch und wir haben diese Wohnung dann schließlich gekauft. Ja, und wenn sie diese Wohnung gekauft hat, will sie sicher länger drin bleiben. Dann ist auch wichtig, wie die Gegend um das Haus ist. Ist es eine ruhige Gegend? Oder ist es nahe an einer Hauptstraße? Es ist eine ruhige Gegend. Das Haus liegt in einer ruhigen Wohngegend. Die Hauptstraße ist ziemlich weit entfernt. Sie haben vorher einige Zimmernamen gehört. Wollen Sie diese noch einmal wiederholen? Ein Beispiel. Ein Zimmer mit einem Bett. Das ist... Ein Schlafzimmer. Und nun Sie. Ein Zimmer mit einer Couch und Sesseln. Das ist... Ein Wohnzimmer. Wiederholen Sie. Das Wohnzimmer. Ein Zimmer mit einem Kühlschrank und einem Backofen. Das ist... Eine Küche. Wiederholen Sie. Die Küche. Und ein Zimmer mit einer Dusche. Das ist... Ein Badezimmer. Wiederholen Sie. Das Badezimmer. Nun noch eine kleine Übung zu den Endungen des Artikels. Einverstanden? Sie haben gehört... Wir haben ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche, einen großen Flur, eine Speisekammer und natürlich ein Bad und eine Toilette. Was kann in diesen verschiedenen Zimmern sein? Ein Beispiel. Im Schlafzimmer der Schrank. Im Schlafzimmer haben wir einen Schrank. Und nun Sie. Im Wohnzimmer der Sessel. Im Wohnzimmer haben wir einen Sessel. In der Küche der Backofen. In der Küche haben wir einen Backofen. Im Bad haben wir eine Badewanne. Wenn Sie die richtigen Endungen gefunden haben, können Sie doch gleich noch eine kleine Grammatikübung machen. Wie Sie gehört haben, hat Frau Meier diese Wohnung gekauft. Warum? Weil die Mieten zu hoch waren. Sie waren zu hoch und sie sind noch immer zu hoch. Sie hören nun einige Sätze, die mit heute beginnen. Und Sie sagen immer, was früher war. Ja? Hören Sie wieder zuerst ein Beispiel. Heute sind wir oft zu Hause. Früher waren wir auch oft zu Hause. Jetzt Sie. Heute sind die Wohnungen nicht billig. Früher waren sie auch nicht billig. Heute sind die Kinder sehr laut. Früher waren sie auch sehr laut. Und zum Schluss noch ein wenig Aussprache. Frau Meier sagt einmal. Es gibt ziemlich viel Rasen und Bäume zwischen den einzelnen Häusern. Wiederholen Sie. Ziemlich viel Rasen. Gleich dreimal Z in einem Satz. Hören Sie noch ein anderes Beispiel mit Z. Ich nehme zwei Stück Zucker. Wiederholen Sie. Zwei Stück Zucker. Oder noch besser. Um zehn Uhr fahre ich nach Zürich zurück. Wiederholen Sie. Um zehn Uhr fahre ich nach Zürich zurück. Noch Probleme mit Z? Dann hören Sie noch weiter. Nehmen wir einmal eine ganz alltägliche Situation. Sie kommen in ein Restaurant und wollen einen bestimmten Tisch. Da sagt die Kellnerin zu Ihnen. An diesem Tisch sitzt schon jemand. Mein Gott! So viele Sch, Z und Z. Wiederholen Sie. An diesem Tisch sitzt schon jemand. Ja, probieren Sie es ruhig noch einmal. An diesem Tisch sitzt schon jemand. Ja, schon besser. Ja, schon besser. Vielen Dank.